Musik Hä, das war's hier schon? Das, äh, macht mich... verwundert mich. Ja, nein. Hm, hier geht's nicht hoch. Hier geht's noch nicht weiter runter. Kann ich noch mal zu dem... Kann ich hier noch mal hin? Hey! Das Anwesen ist wie der Westens in Schuss. Was wir anfassen, hat Hand und Fuß. Hm... Okay... Hm... Okay, ich geh noch mal... Ich geh noch mal runter... Scheiße, hätte ich vorher mit dem Frosch hier runtergehen müssen? Hier ruht Cyrus. Der Narr, der gegen Magnus aufbegehrte. Ah... Oh, was? Cyrus. Ich bin zurückgekehrt, Cyrus. Um den Schwur zu erfüllen, den ich vor langer Zeit leistete... Und das letzte Versprechen... Und das letzte Versprechen, das ich dir gab... Ach... Ah... Alles klar... Cyrus. ... 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 Cyrus, Quark, sicher empfindest du nichts als Verachtung für mich, Quark. Ha, du machst dir zu viele Gedanken. Ich war nie ein solch fähiger Krieger, wie du es jetzt bist. Als mich die Flammen des Zaubers von Magnus verzerrten, brannte auch mein Herz. Es brannte vor Enttäuschung, denn vieles ließ mich, ließ ich unvollendet, und viele ließ ich zurück. Magnus, König Gadier, Königin Lin, und auch dich, mein guter Freund. Cyrus, Quark, doch in all den Jahren bist du weit mächtiger geworden, als ich es mir jemals hätte erträumen können. Ich kann nun in der Gewissheit ruhen, dass du all meine unerledigten Aufgaben verrichten wirst. Lebe wohl, Glenn. Warte, Cyrus, ich, Quark, muss, Quark, ich, muss, meine, zu, oh, eine Fliege. Die Königin, beschütze die Königin Lin. Lebe wohl, Glenn, mein treuer Freund. Cyrus, Quark, Quark, vergib mir, Cyrus. Grandelion. So, jetzt gibt's ein fettes Schwert. Hehe, ganz genau. Was? Zweifel legten dich in Ketten. Gran, Gran, die Stärke eines Helden ist die Stärke seines Willens. Wer sich der Vergangenheit, äh, wer sie in dem Vergangenen verliert, kann jetzt nichts Gutes bewirken. Kann ihm jetzt, ja. Dein Wille ist nun zur wahren Stärke gelangt. Toll. Mein Wille? Quark. Und so können auch wir unsere wahre Kraft entfalten. Nicht, Gran? Bingo, allein. Katsching! Hm, Masamuse oder Masamune. Das Schwert, neue Kraft durchströmt ist, Quark. Und meine Stimme ist auf einmal so anders. Katsching! Das also ist die Wahrheit, stellt. Grandelions! Ich muss nun gehen, Cyrus. Verzage nicht, ich werde zu Ende bringen, was du im Leben zu verbringen suchtest, Quark. Mögen meine Taten dir Ehre erweisen, Quark. Alles klar, sind wir jetzt fertig? Kommt, brechen wir auf! Let's, let's have a look. Oh Gott, ei, meine Fresse, Attacke! 200, na leckumio, onde, Tesch. Dann muss ich jetzt doch wieder die, naja, kritischen Treffer mit Grandelion. Dann muss ich leider wieder das Ding nehmen. Und er hat den Saphir, der mir gerade gar nichts bringt, ne? Warte mal. Ausrüstung? Nee. Gruppe. Bringt mir gerade gar nichts. Das heißt... Ich gebe ihm... ...die Regenbogenbrille. Und er... ...kriegt den Diamant bringt mir gerade auch nichts, oder? Äh, geht das? Gruppe. Nein, bringt mir nichts. Dann kriegt er als erstes jetzt die Sonnenbrille. So. Gut. Dann hätten wir das gewuppt. Ja, super. Ich glaube, wir sind hier ver... Oh, naja, wir sind natürlich noch nicht fertig, denn wir müssen jetzt in die... Ähm, hallo? So. Nach vorne weisen. Um jetzt in dieses wunderschöne Schloss zu laufen. Heldengrab. Schauen wir uns mal an. Jetzt ist das hier das Heldengrab. Mit einer Truhe, die bereits auf ist. Hier ruht der heldenhafte Cyrus, dessen Mut in seinem Freund Glenn weiterlebt. Das freut mich. Und was kriegen wir hier? Magie-Kapsel. Ja, komm. Wir gehen das mal aufsammeln. Dann schauen wir uns mal hier um. Da ist auch noch was. Eine Kraftkapsel. Eine Kraftkapsel. Hier ist nichts weiter. Ja, schade. Aber hier. Oh yeah. Nova-Rüstung. Mond scheint Kürsers. What the fuck. Äh, müssen wir uns gleich mal angucken. Hört sich gut an. So, und hier. Was sind wir da jetzt? Onimaru. Susaku. Sirene. Walküre erhalten. Was zum Geier. Wer ist die Walküre? So. Jetzt muss ich mir das mal anschauen. Wow. Hm, 78. 85. Alter Falter. Ich zieh das Ding mal an. Ja, ich weiß. Aber das Ding ist besser hier, ne? So, was hab ich hier noch bekommen? Heldenbruschen. Heldenbruschen. So. Komisch. Was hab ich denn da jetzt noch bekommen? Inventar. Kraftkapsel. Wie? Von mir aus er. Magiekapsel. Magiekapsel. Das gibt's doch nicht. Viermal Chance auf kritische Treffer. Attacke 170. So. Walküre. Für Male. Wer seelt von einer großen Kriegerin? 180. Alter, 220! Und ich kann es nicht mehr... Oh Mann, ey. Okay, ausrüsten. Ups, ausrüsten. 100. Kann Gemach bewirken. 140, bitteschön. Unglaublich. Wunderwumme. Das ist wohl nicht mehr zu überbieten. Und sie hat immer nur ihre Faust. Und er hat jetzt ein geiles Teil. Ähm, ja. Da könnte noch was gehen. Und hier, er hat... Naja. Naja. Okay. Soweit, so gut. Nehmen wir mal ein Zelt. Und wir gehen nochmal... Und wir gehen nochmal... Ich muss leider nochmal zurück. Nein, wo war's hier? Denn jetzt können wir auch noch die anderen Dinger holen. In der Vergangenheit. Die können wir dann verkaufen. So. Jetzt nehm ich das auch. Tolloverrüstung. So, was können wir hier noch? Und? Gut. Und die Sirene. Na, da freu ich mich doch. So. Jetzt muss ich mir das mal anschauen. Schützt vor allen Zusstandsveränderungen. Ey, die ist immer noch besser. Hm. 78. Ja, ich weiß nicht. Ich nehm die jetzt erstmal. Ob die jetzt so viel besser ist. Keine Ahnung. 140. Kann Stopp bewirken. Und dann habe ich hier noch ein Schwert bekommen. 170. Und das hier? 150. Ja, super. So. Gegenwart. Zukunft. Kann ich hier in der Zukunft noch irgendwo hin, wo ich noch nicht war? Da war ich doch schon dabei. Das hatte ich auch schon alles gemacht, ne? Ja. Habe ich alles gemacht. Dann gehe ich nochmal in die Gegenwart. In die Gegenwart. Bitte noch einmal landen. Ich muss nochmal hier... Äh, wo ist der Kramer hier? Hier. So, ich hätte gern... Drei. Sieben. Sieben. Und ich verkaufe... Die verkaufe ich bestimmt nicht. 78. 75. Äh. 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 Von verkaufen. Rotpanzer. Natürlich nicht. Den Rabenkürzers auch nicht. Den auch nicht. Äionen Helm... Kann ich auch einen von verkaufen. Sirene kann ich verkaufen. Das kann ich verkaufen. Das kann ich verkaufen. Die Runenklinge kann ich auch verkaufen. Die bringt mir nämlich nichts mehr. So, 170 und 4-fache Trefferschance, aber ich habe ja das Ding hier. Die Krisenklaue weiß ich nicht, aber das Ding kann ich auch verkaufen. Ja. Alles klar, Kommissärchen. Dann speichere ich mal hier. So. Und nun? Haben wir eigentlich alles? Alles bis auf 1. Diesen komischen Strudel. Der komische Strudel hier. Ähm. Ich weiß noch nicht mehr, wo ich da hin muss. Wir gehen jetzt nach 600. So. Dann landen wir mal hier. Fiona. Guck mal, mit der... Die hat doch was für uns bestimmt. Mein Gatte Marco ist endlich aus dem Krieg zurückgekehrt. Ich bin ja so erleichtert. Aha. Sorge dich nicht, mein Schatz. Von nun an werde ich für immer bei dir sein. Okay. Die Monster. In der tiefen Wüste fürchten Wasser. Es scheint ihr Schwachpunkt zu sein. Doch selbst mit diesem Wissen traue ich mir nicht zu, ihren Anführer zu besiegen. Da habe ich ja genau den richtigen. Was... Äh... Was ich auch pflanze, alles verwelkt, bevor es überhaupt wachsen kann. Es ist das Werk von Monstern, die irgendwo in dieser Wüste hausen. Dieser junge Baum ist über unzählige Zeitalter kultiviert worden. Und hat allen Widrigkeiten getrotzt. Sicher könnte er diese Wüste in Fuchtbausland zurück verwandeln. Doch ich traue mich nicht, einen so zarten Setzling auszupflanzen. Nicht dem Wissen um all diese Monster in der tiefe Wüste. Gut. Dann machen wir das. Dann tun wir das. Ich speichere hier nochmal. Und ich checke mal ganz kurz den Spieleberater. Sekunde. Dann unter conditions. Dann kennen wir das. Vielen Dank.